Mit dem Frühling erwacht hier in Knittelfeld auch der Hauptplatz. Osterbauernmarkt, Fahrradbörse, Kinderbazar, in der Gemeinde ist einiges los. Und wir sind natürlich wieder für Sie mit dabei. Was kann man in Knittelfeld heute alles erleben? Wir haben heute am Hauptplatz die Fahrradbörse, den Osterbauernmarkt, wir haben die kreative Osterstadt und den Kinderflohmarkt haben wir auch heute. Was erwartet sich die Stadt von diesen Events? Heute ist einmal der Hauptplatz belebt, da ist was los, die Fahrradbörse ist sowieso, Recycling, alte Fahrräder verkaufen, dass wir da genutzt werden, ist glaube ich eine sinnvolle Sache. Es hält fit, es ist klimaneutral, so ein Fahrrad ist schon was Tolles. Bei der Fahrradbörse in Knittelfeld könnt ihr heute einen neuen Wegbegleiter finden oder einen alten, treuen Gefährten zu einem neuen Besitzer verhelfen. Warum lohnt es sich, wenn man auf der Suche nach einem neuen Rad ist, auch mal bei der Fahrradbörse vorbeizuschauen? Naja, im Sinne der Nachhaltigkeit macht es immer Sinn, dass man zuerst schaut, was gibt es an gebrauchten Gütern und die Fahrradbörse ist da eine ganz gute Plattform, die die Gemeinde Knittelfeld bietet. Was kann man denn bei der Fahrradbörse alles für Räder finden? Das fängt beim Laufrad an, über Dreiräder, Roller, Mountainbikes und mittlerweile haben wir auch schon ganz viele E-Bikes im Verkauf. Was führt Sie heute zur Fahrradbörse nach Knittelfeld? Ja, das gefreut mich, dass ich wieder mal kann und im Fernsehen komme auch und jetzt habe ich mein Rad noch da. Jetzt bin ich noch neugierig, ob ich es mit einem Preis anbringe, eh fast geschenkt. Ich bin auch öfter, wenn irgendwas sich abspielt, eine Eröffnung ist, ich bin ja halt dabei auch immer und das macht mir Spaß auch. Wenn den Osterhasen die ganzen Fahrradschnäppchen nicht sowieso schon angelockt haben, dann tut es bestimmt der Osternbauernmarkt. Schmankerl und Handwerkskunst, soweit das Auge reicht, da fällt es nicht schwer, das ein oder andere Nest zu füllen. Und wenn man da auch nichts finden sollte, verstecken sich noch viele Schätze am Kinderpassar. Was sind denn die Highlights am Bauernmarkt heute? Welche Stände gibt es? Wir haben ein sehr breit gefächertes Angebot, dieses Mal der klassische Bauernmarkt mit allem, was es für die Osterjause gibt. Und zusätzlich den Osterkreativmarkt, da haben wir noch einmal 20 Standl und Kreative, die hier ausstellen mit Holzschnitzereien, mit Ostereiern, also querbeet durchs ganze Programm. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Mitten im Geschehen, auch Dania Schmidt, sie ist in der Gemeinde verantwortlich für Kinder, Jugend und Familien. Dania, was kann man hier heute alles finden? Ja, wir sind sehr glücklich, heute über 40 Ausstellerinnen und Aussteller begrüßen zu dürfen zum Kinderbasar. Heute lautet unsere Devise Verkaufen, Kaufen und Handeln. Wir haben auch ein tolles Rahmenprogramm, einen Zauberer, der begeistert heute die Kinder. Und natürlich unsere legendäre Zuckerwarte darf auch nicht fehlen. Heuer haben wir das erste Mal eine Kleidertauschbörse. Da konnten die Jugendlichen kostenlos die alte Kleidung abgeben und sich neu einkleiden. Und Secondhand ist Trend. Und wir wollen heute mit der Jugend und mit der Stadtgemeinde Knittelfeld ein Zeichen setzen für Nachhaltigkeit und gegen die Verschwendung. Musik Ein ereignisreicher Tag geht zu Ende, doch es folgen noch viele weitere. Deshalb schaltet auch beim nächsten Mal wieder zu unseren Eventscout ein.